Hallo, willkommen zu einem neuen Funke-Video von mir. Heute habe ich hier die Neon Clouds. Heute ist der 27. Dezember, 23.50 Uhr. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie die Dinger aussehen. So sehen die aus. Ja, Feuertöpfe in 5x Pink und 5x Orange. Hier kann man sich wieder ausrechnen, 12 Gramm. So, Feuertöpfe F2. Ach, ich werde direkt mal zwei Stück jeweils testen. Dann los geht's. Jetzt bin ich gespannt. Der erste Pinke. Boah, was ist das denn? Zweiter Pinke. Richtig bunte Sterne. Orange. Jetzt kommt's auf der Kamera leider gar nicht so richtig rüber. Wow. Damit tschüss bis zum nächsten Video. Die lohnen sich. Ja. Economic комментарiness. Tschüss. Jahrgude. Jetzt.